ja hallo und herzlich willkommen auf dem kanal von planet firework freunde heute gibt es wieder zwei testvideos von mir und bei denen geht es um die artikel dr jackal and mr hyde sind zwei neuheiten 2 18 im lidl discounter leider aber nur in ausgewählten filialen erhältlich also das wenn ich auch bei den anderen videos die ich aus diesem prospekt inhalt oder die artikel die ich aus diesem prospekt vorstelle wenn ihr immer dieses zeichen hier seht dann wisst ihr immer es ist nicht in jeder filiale leider erhältlich aber dafür gibt es halt ersatz darf dann halt sehen die anderen dann auch wieder nicht haben nichtsdestotrotz für 1990 jeweils ja ich sag mal nicht unbedingt must have artikel wobei ich die mr hyde von beiden am besten finde vom effekt auch her weil da habt ihr auch so eine so eine crackling lanzen mit drin und blinker also so eine combo und die schießt zwar schnell also hat eine schnelle schussfolge aber hat halt nicht so die interessanten effekte jedenfalls für mich das ist immer geschmackssache ich weiß das und deshalb gibt es ja auch diese testvideos für euch damit ihr selber auch mal schauen könnt ja sind zwei pyromold batterien das muss auch noch dazu erwähnt werden und die dr jackal ich bei 478 gramm und die mr hyde bei 485 das sollte auch noch erwähnt sein ja und wie gesagt 25 schuss je batterie aber schaut euch mal das testvideos an oder die beiden testvideos von den beiden cakes und dann entscheidet mal selber und hinterlasst mir mal in den kommentaren was ihr davon haltet von dr jackal und mr hyde und Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020